Traditionelle Schnitzelwoche vom 12. bis 21. Jänner 2019. Genießen Sie köstlich zubereitete Schnitzelvariationen vom Schwein mit Beilage und Salat. Dazu gibt es wahlweise Rahmgurkensalat oder Grünensalat. Alles auch zum Mitnehmen. Willkommen im Hertha Braukeller. Wir sind einer der traditionsreichsten Gastronomiebetriebe Kärntens. Und eng mit den Menschen und der Tradition der Region verbunden. Wir bieten heimische Wirtshausküche. Aber auch Spezialitäten aus dem Alpe-Adria-Raum. In der Hertha-Bierathek finden Sie neben den Hertha-Bier-Spezialitäten auch das eine oder andere Schmankerl aus der Küche des Braukeller Herth. Hertha Braukeller. Wir verwöhnen Sie mit kulinarischen Erlebnissen.